Mein Name ist Emma Ludwig, ich komme aus Ulm, bin tätig in einer zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis und zusammen mit Zahnarzt Ulrich Pauls machen wir den Kurs Alterszahnheilkunde in der Praxis, alte Menschen gut versorgen. Immer mehr, immer ältere Menschen haben immer mehr eigene Zähne, komplexen Zahnersatz oder Implantate im Mund. Das erfordert auch eine bedarfsgerechte zahnärztliche Betreuung, die so im Zahnmedizinstudium noch nicht vermittelt wird. Ziel unseres Kurses ist es daher, die notwendigen Instrumente den Kursteilnehmern an die Hand zu geben, ob es die rechtlichen Aspekte sind, ob es die Aspekte des Zugangs und des Umgangs mit den betroffenen Menschen betrifft und auch die Kompetenz der Pflegekräfte und der pflegenden Angehörigen, die es gilt, zu schärfen. Das sind die Inhalte, die wir in diesem Kurs vermitteln wollen. Das ist aus unserer Sicht wichtig, wenn es um Alterszahnheilkunde in der zahnärztlichen Praxis geht.